hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen projekt auf dem kanal nämlich einmal das call of duty vanguard so wir werden das ganze einmal neu starten als wir die aufnahmen zu hauen hat aber ja dann lassen wir starten als er kriegt gut aus dem grund das ganze gemütlich die daten zum projekt phoenix zu bergen dem letzten atemzug ist eine zusammengewürfelte koalition von alliierten kommandos die dahin zielte wo der feind am verwundbarsten war dies das sollte unsere erste und einzige mission seht euch das an das höllische welt wer will sie retten los geht's los geht's showtime dann würde ich mal sagen schauen wir uns das ganze mal an point wir schalten wir schalten wir schulen schulen das st die sie steht er Sie können uns nicht stellen, wir sind gut. Schaffen wir ab. Einmal verbunden. Einmal verbunden. Schlimmer lebe. Gut, leider geht's. Suche einen anderen Weg rein. Der Volk zieht sich zurück! Loppa! Scheiße, ja. Lass uns was übrig, Novak. Let's go. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Falls ihr irgendwas verbessern wollt, beziehungsweise euch Verbesserungsvorschläge einfallen, meldet euch. Schreibt es in die Kommentare. Und dann bis bald. Die Zeit ist noch nicht, aber wir machen das Ganze jetzt mal hier zählt da noch so eine halbe Stunde. Beziehungsweise die Folge wäre jeweils 15 Minuten lang. Und dann wir machen. wir mal schauen. Gucken wir mal, wie es weiter ist. Wir machen das noch so. Wir machen das längstens. Das durchdachsekt. Wir machen das noch, wenn wir uns im Chefdaubollen. Wir messen die ganzen Kupfer. Wir lassen uns zum ehrennen. Wir machen das doch noch. Novak hat noch einen Laster zerstört. Scheibenhonig zu nah am Rand. Scheiße ja, lass uns was übrig, Novak. So viel zur gekeimen Mission. Schnappen wir es wohl auf die harte Tour, auf den anderen Zutritt, die Traumfresser plantieren. So, weiter geht's. Nach oben noch. Nach. Verdammt, das war ne UK. Auch eine Möglichkeit ein Laster loszuwerden. No. No. Novak hat noch einen Laster zerstört. Ach, das war gut. So muss das laufen. Einpacken. Das lässt es ja wie geschmiert. Nun, das sollte kein Sonntagspaziergang werden. Ich weiß, wenn wir es nicht machen. Alright. Oh no. Io kann das nicht machen primero. Boische Ehepaun. Hey, hey, oh nein. Ah, das ist so gut. Was für Hölle macht mir das? 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 Lockstörer! Die Gleise teilen sich! So. Was hätten wir? Ja. Aber ich würde auch sagen, dass es jetzt für diese Folge war und wir beim nächsten Mal genau da weitermachen. Auf Wiedersehen!